Alles, was das Golfeherz begehrt in einer Region. Schönes Grün, beeindruckende abwechslungsreiche Natur und dazu den perfekten Abschlag. Das ist die Golfregion Hamburg. Mit 66 Golfplätzen für jede Spielstärke und einigen der besten Golfplätze Deutschlands erstreckt sich die Golfregion von Nord- und Ostsee bis hin zur Lüneburger Heide. Mit Hamburg als Metropole direkt in der Mitte. Verbinden Sie Ihren Golfurlaub mit einem unvergesslichen City-Erlebnis in Hamburg und das mit zahlreichen Hotels in direkter Nähe zu den Golfplätzen. Vom Golfclub mitten in der Hamburg City bis Grün mit Meerblick. Vom Anfänger bis Vollprofi. Von exklusiv bis ungezwungen. Vom renommierten Golfclub mit maritimen Flair bis zur offenen Golfanlage für jedermann. Eine unendliche Vielfalt für jede Spielstärke und jeden Geschmack. Willkommen zum Abschlag Ihres Lebens in der Golfregion Hamburg. Sämtliche Informationen zu Ihrem nächsten Golfurlaub sowie einen praktischen Golfplatzfinder unter www.golfregion-hh.de www.golfregion-h.de Untertitelung des ZDF, 2020